Den Gegner faulen und damit durchkommen? Wie soll das denn gehen? Diesen Verteidiger-Hack habe ich von einem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter bekommen. Wenn du verteidigst und den Gegner foulst, indem du ihn mit dem Fuß berührst, kann der Schiedsrichter den Kontakt schlechter sehen, wenn deine Schuhe schwarz sind. Hört sich verrückt an, oder? Das Licht wird durch die schwarze Farbe anscheinend so geschluckt, dass kleinere Distanzen und damit das Aufeinanderprallen von Schuhen schwieriger erkannt werden können. Als Defensivspieler solltest du dir also schwarze Schuhe zulegen. Vielleicht sollte sogar das ganze Team auch noch schwarze Socken anziehen. Für mehr Hacks aus der Bundesliga folgt unseren Kanal und schick dieses Video an deinen Innenverteidiger.